Made with Unity, GhostCat Und damit Willkommen zum Angedattel von Pan's Quest Suche nach der Hose Ein kleines Point & Click Adventure Mit Pixar Das sag ich doch nicht rein, da gucken wir doch mal rein So, gucken wir mal kurz in die Options Gibt's glaube ich nicht auf Deutsch Das ist glaube ich nur Englisch So, ähm, dann machen wir vorher ein neues Spiel Und mal gucken, was da aus wird Das Gefühl kenn ich Ich hatte auch mal so ein Wecker dazu geklingelt Betonung auf harte Äh Hör was Ich will nicht Es war so gemütlich Das Geräusch des Regens macht mich dazu, dass ich halt für immer schlafen will Ich bin froh, dass du zustimmst Katze Ich hab geträumt, dass ich durch Weltall reise In einem Raumschiff Und dass du zufällig in ein Universum gerannt bist Ich weiß nicht, woher du die Zeit nimmst Okay, Zeit für Arbeit Aber es ist so gemütlich hier Okay, aber ich muss Ich werde es machen Ich komme Also, ich, ähm Leg los Okay, da ist mein Shirt Ich hab meine Krawatte Hose Aber wo Ist meine Hose Das ist ein Problem Zu diesem Zeitpunkt ist es vielleicht einfacher Äh, nicht zu gehen Ich denke, wir gehen auf eine, eine Hosen-Quest Aber erst Kaffee Okay, ja Ich, äh, fühle das hart Wenn das Bett dann doch irgendwie gemütlicher ist, als, äh Als, äh, als die Arbeit, ne Mein Lieblingsplatz in der Welt Kannst du das benutzen? Ähm Ich würde gerne, aber ich sollte nicht Jeder kennt das, ne Wenn man aufsteht und denkt so Ah, nee, heute will ich nicht Ich will mich einfach wieder hinlegen So, ähm, hier haben wir Boxers Ein schmutziges Paar von, von Boxershorts Eine solitary Socke Eine, eine sehr solide Socke Eine einzelne Socke Ein schmutziges T-Shirt Eine schmutzige, einsame Socke Papier Ein zerknülltes Stück Papier Okay Nur ein bisschen Papier und, äh, Taschentücher Katze Nugget Das ist meine Katze Nugget Okay, ähm, kannst du die Katze benutzen? Mit, ich weiß nicht Ich hab auch eine To-Do-List Guck mal Ähm, look at To-Do-List To-Do Coffee Ähm, frühstücken Katze füttern E-Mail checken Zähneputzen Find Pants Okay So, ähm, was haben wir denn hier? Sleepy Monster Was heißt da oben ein Relax, hm? Oh, he's all tucked out Er ist total zusammenge-zackt So mysteriös ist das hier aus, aus, äh Ja, nicht Chihiros Reiser Aber hier ist das andere Da oben Ein gepanzerter Walker Also hier Star Wars Piu, piu, piu Piu, 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 was? Äh, ähm, ein Bild Ich will darin glauben Anders, an UFOs Eine Lampe Ich sollte versuchen das zu benutzen Tatsächlich funktioniert Ein Wecker Es ist so dunkel, ich kann nix sehen Okay Dann Schau dir jetzt die Wir haben eine sehr toxische Beziehung Alte Klamotten Einfach nur ein bisschen hässlicher, alter, altes Zeug, weil ich nicht mehr brauche Keine, keine Hosen hier Vielleicht sollte ich daraus ein paar Hosen machen Okay So, was haben wir noch? Point of a Beatle in the Derby Ich bin frei und das ist warum ich verloren bin Ah, okay Ein Poster einer prähistorischen Frau Was? Wird beschäftigt im Leben denn oder Wird beschäftigt mit dem Sterben? Ja, also Krieg nen Job Während du lebst Mach was aus dir während du lebst Oder sei damit beschäftigt zu sterben Ungefähr so übersetzt So, ähm, Vorhänge können wir die angucken? Meine, meine, meine Bedroom-Curtains, also meine Schlafzimmer-Vorhänge, kann ich öffnen Draußen Liebliches Wetter Ja, kenn ich Okay Open Nein Dieses Fenster öffnet nicht, okay Was ist hier eigentlich ein Schublader? Open Ich soll erst Kaffee trinken, bevor ich den Kaffee trinken Kannst du Klamotten aufheben? Ich, äh, behandle nicht die dreckige Wäsche, bevor ich meinen Kaffee hatte, okay Kannst du die Katze hochheben? Nugget lässt sich nicht aufheben, bevor ich sie gefüttert habe, okay Der PC Das ist mein Computer, benutzen Nicht vorm Kaffee? Ja, nicht vorm Kaffee Eine schmutzige Tasse Es ist unsauber Unsauber Okay, bevor ich es benutze, erst mal Picken Ich werde die Tasse nicht so aufmachen, bevor ich den Kaffee habe Ja, was ist? Mal angenommen Ja, du hast die Situation, du hast keine saubere Tasse Weißt du dich dann immer noch alles zu machen, bevor du den Kaffee hast? Eine, eine Saftbox Chemische Orange und Ananas-Geschmack Nicht vorm Kaffee, okay Das ist ein Lichtschalter, benutzen Okay, das funktioniert Ist so viel Bock, hier können wir alle angucken Aber, das machen wir erst, wenn wir Kaffee haben Das ist meine, meine Schlafzimmer-Tür Okay, hier ist ein Launtobü-Humper Ähm Da sind, da gehen schmutzige Klamotten rein, in der Theorie Meine Hosen sind nicht da, okay So, öffne die Tür Und wir gehen in die Küche Okay Jo, sieht gut aus hier, ne? Ein DVD-Player und hier haben wir Super, Ultimate, Extreme, Turbo, Murder, Zombie, Party, HD Ah, ja Ähm Ich glaube, bevor wir irgendwas machen, erstmal Kaffee Der Nektar der Götter Nutzen Der Schalter muss angeschaltet werden Dann machen wir das doch mal Hm, der Geruch von braunem Kaffee Ich kann nicht warten Also den Geruch von Kaffee, wie er gebraut wird, mag ich auch Den Rest allerdings nicht Mit Warten So, was haben wir hier noch? Chip-Packet Das hat eins meine, meine leckeren, oder meine schönen Potato Chips gehalten Ah, ja, okay Ein Styrofoam Cup, also hier so ein Styropor Becher Das ist ein alter Becher, voll mit Black Takeout Kaffee Also hier mit, mit Kaffee to go, Kaffee Eine Soda Can Die ist auch leer So wie es aussieht, ist kaum wundert, dass er keine Hose findet Gibt es ein, 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 ein Vorort für das Gegenteil von Glänzen? Ich weiß noch nicht So, Kaffee müsste fertig sein Ich trinke nicht direkt aus dem Pot Ja, aber du willst ja auch nichts sauber machen Okay, dann gucken wir mal überall rein Was haben wir hier? Katzenfutter, okay, das ist ja schon mal gut Gut Da haben wir Eine Tasse Benutze Tasse mit Kaffeepot Endlich, Kaffee Ich brauche nur etwas Milch Okay, also auch noch so So einen Kaffeetrinker Einer der Milch dafür braucht Benutze Milch Benutze Benutze Kaffee Mit Milch Cool Cream Milk So, ich freue mich Bruder Äh, freue mich Pick up Milch Ah, okay Das mit dem Zack, und wir haben einen Milchkaffee Und die Welt ist ein Stückchen besser Mh, Kaffee Zeit, ein bisschen Koffein in mein Hirn zu Kippen Wie, was? Was mache ich jetzt? Ich kann den Tag nicht begegnen ohne meinen Kaffee Es muss doch einen Weg geben Aufschlürfen Das sollte einst leckerer Kaffee sein Okay Ich kann die Pfütze nicht mehr in meinen Händen aussammeln Nein, wirklich Solltest du vielleicht den Kühlschrank zumachen? Ach komm, wir lassen es auf So, ähm Die Scherben Jetzt will der weiße plötzlich irgendwie was tun Obwohl er eigentlich gar nichts tun will ohne so einen Kaffee Okay Anrufverantworter Sofa Television Dirty Glass Gaming Console Das ist mein Laserdisc 280 Laserdiscs Boah, ist das ewig hier Okay, ähm, hier geht's im Keller Ich vermeide den Keller wenns möglich ist Ich brauche einen Kaffee bevor ich in den Keller gehe Okay Eine Sammlung alter Fotos Vielleicht kannst du da irgendwie Hinweise finden auf deine Hose Okay Okay, bevor ich ins Badezimmer gehe, brauche ich auch erst einen Kaffee Ist abgeschlossen Wer schließt denn, wenn er alleine lebt, sowieso hier Dann Zeug ab Was ist das hier vom Foto? Ist das hier so eine Frau? So Carla and me at her cousin's wedding She looks really nice So Die war ja auf der Auf der Hochzeit Eine Freundin Ein Ein Foto vom Herbst, meine Lieblingssaison Also Jahreszeit Carla hat das gemalt Ziemlich gut, oder? Einfach nur ein gewöhnliches Sonnenaufgangsfoto Das ist ein kleiner Oktopus Der Ozean Und der Sonnenuntergang Und ein Mann der Schreit Okay So Und wo kriege ich jetzt hier irgendwie so einen Besen her oder so? Da Dustpan Ja ne das hilft mir nicht Paintcans Ist so doof? Nein Dann haben wir Müll Hier haben wir Pizzaboxen Warum auch immer die Pizzaboxen da drin sind Oh hey Pizza Pick up Ah, das ist vielleicht auch zu alt Eine Socke Warum ist eine Socke hier? Ich mach die Wäsche nicht vorm Kaffee Okay Yeah Look at drawer It's a drawer Okay Da ist wohl nichts weiter besonders drin Sponges Also hier ne Geschirr Schwämme Paper Towels Pick up Paper Towels So Use Paper Towels Damit That works better Okay Ich hätte jetzt irgendwie schon fast vermutet Dass er jetzt das Zeug auffischt Dann haben wir Ne Das ist jetzt hier in Ceva Und dann bringt er das aus in Ähm Sag schon In der neuen Tasse oder so Aber so schlimm ist es ja dann doch nicht Cleaning Chemicals Also hier Reinigungsmittel Dish Soap Also Spülmittel Ähm It's a door Was haben wir da? Matches, Streichholzer und Schuhpolitur Okay Es muss ja noch irgendwo Kaffee geben Irgendwo Cerealien Meierkarton Fleisch Butter Hier Gemüsefächer Okay Ist Kaffee tiefgefroren? Nein Man muss noch Brot Man muss noch Brot Man muss noch Brot Guck's aus Das fässt er ja nicht an bevor man Kaffee hat Aber kein Kaffee Seh ich schon Man muss hier erstmal ne Ganz viel erstmal aufräumen bevor man hier irgendwie was machen kann Aber ohne Kaffee Kann der Tag hier nicht beginnen Ist so Ich weiß nicht mal mehr wo ich hier suchen soll Das hier aussammelt ist ja nicht ne Kaffee 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 Wird sie raus? Haben wir draußen irgendwas? Vielleicht sollte ich nicht ohne Rose in die Öffentlichkeit gehen Okay Ich glaube nicht dass das gut enden wird Okay So aber nichtsdestotrotz weiß ich nicht wo wir jetzt Kaffee finden sollen Weil wir gar keinen Kaffee haben Noch ne Socke Noch eine einsame Socke Hm Nur ein Haufen Zuverläge Schlüssel Okay Verdammt Ich frage mich ob irgendwas anderes Die Nachrichten Mit Mit Ganz gern so natürlich Nutzene Gaming Console Maybe later Was? Das ist mein DVD Player Ein bisschen Bisschen alt aber funktioniert noch Das sind ranzig Das RMSF Space Adventure Könnt ihr jedes einzelne nochmal vernünftig angucken Aber eigentlich Vielleicht Kaffee Ist vielleicht Kaffee in der Mikrowelle Nein Ein Messer Ein Toaster Der Junge hat keinen Kaffee Das war sein letzter Kaffee Kannst du das Zeug da wegnehmen? Vielleicht steht ja was dahinter Aha Katzenfutter kannst du mitnehmen Katbowl Benutze Katzenfutter mit Bowl Eine von den Dosen Wo du erstmal einen Dosenabflug verbrauchst Schau dir meine Küchenutensilien an Ich benutze sie alle nicht häufig Okay Okay Also brauchst du dann erstmal einen Dosenöffner Damit du irgendwie dann die Dose der Katze öffnen kannst Das ist halt nur blöd wenn du hier nicht mal irgendwie irgendwas Findest Also wirklich gar nix Meist davon will er natürlich friedgen machen Weil ähm ich habe die Katze ausgeprägt haben wir hier oben irgendwo ganz viel tolle Kaffee alte Papiere alte CDs warum auch immer hier oben Kaffee sein sollte aber nein Kaffee ist man manchmal musst du einfach ganz doll weinen eine gewöhnliche Schreibtischkollektion Sticky Note White Better Sticky Notes Paul Casey wegen Biskuits Hasword when will you don't make better choices Life choices This is fine Kaufe Milch Brot und Gummibär Ok Mach all die Dinge Isst den Frosch Ruf Barry an Aber nirgendwo ist hier Kaffee War hier auch nix in der Schublade Nein ich brauche natürlich erst einen Kaffee Ja gut Dann kann ich hier keinen Kaffee finden Dann kann ich die Hose nicht finden Dann verkriege ich mich halt hier wieder ins Bett Ist definitiv eigentlich ein nettes Point Click Adventure Aber ich komme nicht voran Ich weiß nicht wo ich suchen soll Deswegen würde ich sagen Vielleicht spielen wir das Spiel hier irgendwann mal zu Ende Vielleicht auch einfach mal im Stream oder so Mit euch zusammen Mal gucken Jetzt an dieser Stelle beende ich das angedattet Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Und dann mal schauen ob wir irgendwann mal eines Tages die Hose finden werden Ich weiß es nicht Bis dahin Viel Spaß noch Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis dann